Allen vielen Dank. Ich bin heute hier, um etwas ganz Bestimmtes anzusagen. Und zwar das beste nationale Video. Durch MyVideo haben 140.000 Nutzer gewählt. Und zwar das beste nationale Video in Deutschland. Hier, dieses Video habt ihr ausgewählt. Video-National Bakushan, Baby, du siehst gut aus. Regie Daniel Schmidt Materia featuring Jascha, verstrahlt. Regie Daniel Franke. Ich bin so schön verstrahlt. Ich denk nicht mehr nach. Brauch keinen Schlag. Tweet me like a lady. Monroe's, like a lady. Regie Thomas Joop. Treat me like a lady, like a bullshit. And if you amaze me, I know that I could. Don't remember me. Rammstein, ich tu dir weh. Regie Jonas Ackerlund. Unheilig, geboren um zu leben. Regie Marc Helfers. Rammstein, ich tu dir weh. Wie wertvoll Leben ist. Wie wertvoll Leben ist. Die Brüder, wie wertvoll Leben ist. Gewonnen hat. Und für das beste nationale Video, Rammstein! Bei der 20. Echo Verleihung dürfen Rammstein auch nicht leer ausgehen. Echo Nummer 8 für die Band. Und die Stimme von Gianna Nanini kommt der von Till Lindemann von Rammstein schon recht nah. Die Dankesreden fallen traditionell recht kurz aus. Mal gespannt, was Rammstein heute abliefern. Für das beste Video des Jahres. Ja, sowas kann passieren, wenn das Publikum den Preis auswählt. Und wir wollen uns herzlich bedanken bei Wattenfall. Sonst wird hier dunkel. Applaus его Guysik. Und wir führen da TWO Aus swaps. Bruno Gröning. Und wir wollen uns alles beenden. Und wir wollen uns Meterathe hemen die intrigued Lebens橋manis Nein. Vielen Dank.